In dieser Darstellung sollen jetzt Funktionen dargestellt werden, bei denen der Exponent eine negative Zahl ist. Wir beachten aber weiterhin, dass es eine Zahl ist, die größer als der Betrag von 1 bzw. minus 1 ist. Das heißt also zum Beispiel die Funktion y gleich x hoch minus 3, x hoch minus 4 und so weiter. Das bedeutet für unsere Darstellungen in der Rechnung dann ganz konkret, dass wir hier ein Problem haben, nämlich das, dass bei diesen negativen Exponenten die Zahlen, die hier verwendet werden, sehr schnell, sehr klein bzw. sehr groß werden. Man kann es sich an einem einfachen Beispiel mal durchrechnen. Beispielsweise der Exponent ist gleich minus 3, dann würde das bedeuten, die Funktion lautet y gleich x hoch minus 3, wie wir bei den Potenzgesetzen gelernt haben, lässt sich dafür auch schreiben 1 durch x hoch 3. Und das heißt, sobald zum Beispiel n für einen Wert von x gleich 2 heißt es, hoch 3 wäre natürlich 8 bzw. minus 3 ist dann minus 1 Achtel. Es ging dann gleich weiter für 4, käme man schon auf 64 und so weiter. Das heißt also, wir haben ein sehr schnelles Fallen der Funktionswerte bzw. ein sehr schnelles Steigen der Funktionswerte in den Bereichen von 0 bis in dem Falle 0,1 bzw. minus 0,1.